Hallöchen ihr Lieben, es ist soweit das letzte Video auf diesem Kanal hier. Ich habe am Ende der letzten Videos immer schon auf den neuen Kanal hingewiesen und das möchte ich dann jetzt also ein letztes Mal tun. Ab jetzt geht es beim Kanal Ellis Pferdetagebücher weiter. Hier auf Team Einhorn wird kein Video mehr online gehen, das hier ist wirklich absolut das letzte. Ich hoffe, dass ich ganz ganz viele von euch auf dem neuen Kanal wiedersehen werde. Es geht dann jetzt am 1. Januar los. Das erste Video ist um 9 Uhr geplant als Premiere. Das heißt, wenn ihr pünktlich um 9 Uhr da seid, dann können wir das Video zusammen anschauen und live chatten währenddessen und ich bin ja relativ gespannt, wie diese Funktion ist. Ich habe es hier ja jetzt noch gar nicht gemacht und möchte eben jetzt einfach erst mal testen, wie das mit diesen Premieren ist. Ich bin ganz schön aufgeregt deswegen irgendwie. Also es geht dann bald los. Und ja, damit verabschiede ich mich. Es ist das Ende von Team Einhorn und aber der Anfang von Ellis Pferdetagebücher. Ich freue mich wahnsinnig. Macht's gut! Der Kanal Team Einhorn wird eingestellt. Wir sind aber demnächst auf dem Kanal Ellis Pferdetagebücher zu finden. Los geht's am 1. Januar. Ihr könnt aber jetzt schon abonnieren und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, um nichts zu verpassen. Wir freuen uns auf euch!